Ich bin der Gründer der Pädagogischen Universität Methodik. Mein Name ist Dr. Rüdiger Golds und ich möchte Ihnen im Rahmen dieses Vortrages darstellen, dass ich auf den Spuren von Juton etwas herausgefunden habe, was die Welt der Physik wahrscheinlich sehr beeinflussen wird. Es war so, dass ich vor Jahren auf dem Wege zu einem Kloster hier in München einen Gedanken hatte und spürte, dass der Gedanke sehr wichtig ist. Nach etwa einer halben Stunde zurückgekehrt zu einem anderen Ort, da stand ein Fahrräder, kippte ein Fahrrad aus Versehen um und in dem Moment fiel mir ein, wie der Gedanke reiflich ausschaut. Es handelt sich um die Erklärung des Wesens der Gravitation. Diese bislang noch unbekannte Erklärung des Wesens der Gravitation ist anwendbar im Bereich der Kosmologie und zwar kann sie erklären, dass Rotationsverhalten von Sternen rund um das Zentrum der jeweiligen Galaxie. Vielen Dank mit der Aufmerksamkeit. Ciao.